Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele heute mit euch Go. In diesem Tutorial wird es um Jouzeki gehen und als Einführung in das Thema möchte ich euch ein Jouzeki Dictionary, also eine Art Jouzeki Lexikon vorstellen, das ihr auf der Seite www.aidogo.com findet. Jouzeki sind Standardzugfolgen, die meist in einem für beide Gegner ausgeglichenen Ergebnis enden. Man kann sie sich als optimale Aktions- und Reaktionszugsequenzen vorstellen. Jouzeki existieren für die Ecken, aber auch für die Ränder des Go-Bretts. Wir sehen hier beispielsweise die weiße Annäherung an einem schwarzen 4-4-Steinen. Die mit Buchstaben markierten Antworten zeigen verschiedene, meist im Fenster daneben kommentierte Varianten. Manchmal führen diese Varianten nur zu einem Nebenstrang des Jouzakis, manchmal führen sie zu einem anderen Jouzeki. Wenn diese Standardzugfolgen zu einem ausgeglichenen Ergebnis für beide Seiten führen, bedeutet das dann, man könnte im Handumdrehen auf DA-Niveau spielen, wenn man alle bekannten Jouzeki auswendig lernt? Einmal von dem Punkt abgesehen, dass es geschätzte 20.000 solcher Sequenzen gibt, dass Auswendiglernen also keine leichte Sache wäre, würde es nicht genügen, diese Sequenzen einfach nur korrekt zu erinnern. Denn ob ein Jouzeki in einer konkreten Situation überhaupt vorteilhaft ist, hängt von Umständen ab, die über die Gegebenheiten der lokalen Situation hinausgehen. Wir sehen hier eine Eckstellung, in der Weiß soeben den Sun Sun besetzt hat. Der untere Teil des Brettes soll uns nicht interessieren. Die für Schwarz korrekte Erwiderung ist diese Folge von Standardzügen. Schwarz entwickelt auf diese Weise ein kastenförmiges Territorium und Weiß spielt am rechten Rand, verlängert schließlich oder setzt auf A. Jouzeki wäre allerdings auch diese Erwiderung. Ihr habt diese Folge von Zügen schon häufig in meinen Sanrense-Partien gesehen. In dieser Situation jedoch sollte Schwarz so nicht spielen, denn die zuerst gezeigte Variante ist hier besser geeignet. Schauen wir uns beide Jouzeki noch einmal an. Lokal gesehen sind beide Varianten Standard. Erst die Beurteilung in der Gesamtsituation, in diesem Fall die Möglichkeit für Schwarz ein kastenförmiges Gebiet zu entwickeln, etwas das im Go sehr wertvoll ist, gibt den Ausschlag für die Wahl der richtigen Zugfolge. Es ist also nicht damit getan, Jouzeki lediglich auswendig zu lernen. Wir müssen verstehen, nach welchen Kriterien wir sie einsetzen sollten. Wie entstehen Jouzeki eigentlich? Wer legt fest, was als Jouzeki gilt? Jouzeki entstehen durch Konsens unter professionellen Spielern. Es existieren sehr alte Jouzeki, die meist irgendwann auch aus der Mode kommen und seltener gespielt werden und es entwickeln sich immer wieder auch neue Jouzeki. Was wir vom Jouzeki-Studium lernen können, ist sehr vielfältig. Jouzeki enthalten Tezuchi, also besonders effiziente Zugtechniken und grundsätzlich viele Beispiele für die gute Form von Zügen. Man darf nicht erwarten, gleich zu Beginn alle Details der Jouzeki-Zugfolgen zu verstehen. Dieses Wissen entwickelt sich erst nach und nach, meist wenn wir bestimmte Zugfolgen in verschiedenen Brettstellungen wiederentdecken. Wir begreifen dann, welche Absicht in diesen Zugfolgen steckt und integrieren sie in unser Repertoire. Schauen wir uns nun an, wie Jouzeki eingeteilt werden und wie wir sie systematisch üben können. Die am häufigsten gespielten Jouzeki sind die Egg-Jouzeki. Von diesen werden in absteigender Reihenfolge am häufigsten Jouzeki des 3-4-Punktes Komoku A angewendet, dann Jouzeki des 4-4-Punktes Hoshi B, dann des 3-3-Punktes Sansan C. Es folgen Jouzeki des 3-5-Punktes Mokuhazushi D und des 4-5-Punktes Takamoku E. Es existieren außerdem noch Jouzeki für sehr selten gespielte andere Punkte der Brettecke und natürlich gibt es Jouzeki für den Brettrand. Zum Beispiel das Jouzeki des Schulterschlages Katatsuki, des Boshi, einem Zug, der den Gegner vom Brettzentrum abschneidet und es existieren Jouzeki für Annäherungszüge, für Invasionen und Reduktionen. Ein Egg-Jouzeki beginnt mit der Wahl des Annäherungszugs und die erste Entscheidung, die wir dabei treffen müssen, ist die, ob wir einen hohen Zug ausführen wollen, also auf der 4. Linie, oder einen niedrigen auf der 3. Linie. In dieser Position ist Schwarz am Zug und will ein Jouzeki in der Ecke oben links starten. Der untere Teil des Brettes interessiert uns hier nicht. Die Frage, die sich Schwarz stellen muss, ist die nach dem Unterschied zwischen einem Annäherungszug auf der 3. und der 4. Linie und zwar im Kontext mit der Brettstellung auf der rechten Seite. Dort sehen wir, dass bereits zwei der drei schwarzen Steine niedrig stehen. Wählt Schwarz nun einen Zug auf der 3. Linie, um das Jouzeki zu starten, geschieht folgendes. Weiß presst von oben, also von der 4. Linie aus und die gesamte Anlage von Schwarz erhält eine flache, unansehnliche Form mit geringem Gebietspotential. Wird Schwarz hingegen einen Annäherungszug auf der 4. Linie, kann Weiß nicht von oben pressen. Wenn Weiß die Ecke verteidigt, mag das lokal ein kleiner Verlust für Schwarz sein, aber die jetzt entstandene Stellung harmoniert weitaus besser mit den Steinen der rechten Seite als die erste Variante. Grundsätzlich gilt, der niedrige Annäherungsstein öffnet die Ecke für Invasionen und hilft dabei, Gebiets zu erringen. Der hohe Annäherungsstein hat die Vorteile der Leichtigkeit, schneller Entwicklung und des Außeneinflusses. Er vermeidet es, an den Brettrand gedrängt zu werden. Immer wenn wir ein bestimmtes Jouzeki auswählen, sollten wir uns fragen, ob wir unsere Steine in eine Richtung entwickeln, die Ausdehnung und Expansion zulässt. Gebiet mit minimalem Potential und Überkonzentrationen sollten wir meiden. Betrachten wir dieses Beispiel, Schwarz ist am Zug. Wenn er auf der rechten Seite blockt und sich dieses Jouzeki entwickelt, dann wirken die schwarzen Steine gut zusammen, denn die entstandene schwarze Wand unterstützt die beiden Steine auf der rechten Seite des Bretts. Entschließt sich Schwarz hingegen von unten zu blocken, dann wird wahrscheinlich dieses Jouzeki abrollen und in diesem Fall ist das Ergebnis nicht so gut für Schwarz, denn zwar besitzt er nun Stärke am linken Rand, aber er hat es weiß gestattet, sich am oberen Rand entlang auszudehnen und das ist ein Problem für die beiden schwarzen Steine auf der rechten Seite, die nun verletzlich geworden sind. Ebenso wichtig ist es, gegnerischen Steinen das Potential für optimale Entwicklung zu nehmen. In diesem Beispiel hat Schwarz gerade einen Annäherungszug in der Ecke unten links gemacht. Wie sollte Weiß reagieren? Er sollte diese Zange spielen. Weshalb? Die Stärke von Weiß weiter oben unterstützt den Zangenstein. Dieser Zug ist deshalb nicht nur ein Angriff auf den schwarzen Stein, sondern auch eine Ausdehnung von der starken Stellung weiter oben. Umgekehrt würde diese Antwort von Weiß es schwarz ermöglichen, sich am linken Rand auszudehnen. Das wäre ideal für Schwarz. Ein Go-Spieler sollte aber immer versuchen, ideale Entwicklungen des Gegners zu vereiteln. Deshalb wäre diese Antwort von Weiß falsch. Abschließend wollen wir uns mit einer Frage befassen, die wahrscheinlich jeden Go-Spieler beschäftigt, der beginnt, Zusecki-Zugfolgen zu studieren. Was passiert eigentlich, wenn mein Gegner das Zusecki, das ich anspiele, nicht kennt und vollkommen anders reagiert, als es das Zusecki vorsieht? Wenn Zusecki lokal gesehen ideale Zugfolgen darstellen, kann ich dann meinen Gegner bestrafen, sobald er anders spielt, als es im Zusecki beschrieben wird? Dazu ein Beispiel aus meiner Spielpraxis auf dem Kiseido Go-Server. Vor einiger Zeit habe ich dort häufig gegen einen japanischen 6. Kio gespielt, der es nicht ertragen konnte, wenn sein Gegner auch nur das geringste Gebiet für sich beanspruchte. Wo immer es ihm möglich schien, sabotierte und zerstörte er die Gebietsanlagen seines Gegners, auch wenn ihn das strategisch selbst schädigte und häufig die Partie kostete. Ich erinnere mich daran, dass er beim Ablauf des Zuke-Hiki-Joseckis immer gleich reagierte. Hier ist dieses Zusecki genau gesagt eine Variante davon. Weiß spielt einen Annäherungszug, Schwarz spielt Zuke, also einen Kontaktzug. Weiß antwortet mit Hane und Schwarz zieht zurück. Daher hat das Joseki auch seinen Namen, Zuke-Hiki bedeutet im japanischen Anlegen und Zurückziehen. Weiß kann nun eine solide Verbindung spielen, Schwarz dehnt sich am rechten Rand aus und Weiß errichtet eine Basis am oberen Rand. Mein Spielpartner konnte diese Entwicklung nicht ertragen und reagierte an dieser Stelle stets mit einem Zangenangriff. Dieser Zug ist nicht Joseki. Er wird allgemein nicht empfohlen, denn er befindet sich zu nah an der soliden Verbindung von Weiß. Doch jemand, der das Joseki nicht kennt, mag durch diesen Zug irritiert sein. Vielleicht möchte er an den Zangenstein bei A oder B anlegen, in der irrigen Vorstellung, sich so zu verteidigen. Die korrekte Erwiderung sieht so aus. Schwarz hat ein paar Punkte in der Ecke gemacht, aber Weiß konnte Außeneinfluss gewinnen und der schwarze Zangenstein wirkt jetzt isoliert. Weiß hat keinen Anlass, sich über diese Entwicklung Sorgen zu machen. Bedeutet das, wir könnten jede gespielte Abweichung von einem Joseki vorteilhaft widerlegen? In der Praxis geht das leider nicht. Häufig verschieben die Abweichungen von einem Joseki das Geschehen nur um Nuancen. Wer jetzt hartnäckig versucht, das Abweichen vom Joseki gewissermaßen zu bestrafen, verzettelt sich häufig eher als einen echten Vorteil aus der Sache zu ziehen. In der Regel ist es am besten, sich klar zu machen, was das Joseki eigentlich bezweckt. Je besser wir verstehen, wie dieser Zweck mit Hilfe der einzelnen Züge umgesetzt wird, desto eher können wir bei Abweichungen von der Standardzugfolge auch entscheiden, ob sich daraus Profit schlagen ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Ihr wisst ja, dass ihr damit die Verbreitung unserer Go-Videos unterstützen könnt. Falls ihr Fragen, Anmerkungen oder Rückmeldungen habt, schreibt in den Kommentarbereich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Da wird es dann etwas ausführlicher um das Zuke Hiki-Joseki gehen, das wir eben schon kennengelernt haben. Bis dahin, macht's gut, bye bye.